Es ist nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg, er achtet es nicht als klein. Es ist nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg, er achtet es nicht als klein. Wenn du nicht weiter weißt, sich Wahrheit das falsch erweist. Und deine Philosophie bleibt nur tote Theorie. Auch wenn du nicht mehr glaubst, Erwartungen zurückschraubst. Du sagst ans Gott, glaub ich nicht. Sag ich dir, Gott glaubt er nicht. Und der Toder heilt ihn aufwunden, stunden und stunden Tag für Tag. Und der Toder heilt ihn aufwunden, stunden und stunden Tag für Tag. Tag für Tag. Legst du dein Leben hin, gib dir deinem Leben Sinn. Und mach dein Leben keinen Sinn. Leg ihm dein Leben hin. Was wird ein Wunder sein? Ganz ist so groß, so klein. Lebe die Zeit mit Perspektive, in Ewigkeit. Geh in der Herd und heilt ihn auf Wunder. Stunden und stunden Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Stunden und stunden Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Die Zeit mit Perspektive, in der Herd und heilt ihn aufwunden, stunden und stunden Tag für Tag. Die Zeit mit Perspektive, in der Herd und heilt ihn aufwunden, stunden und stunden Tag für Tag. Die Zeit mit Perspektive, in der Herd und heilt ihn aufwunden, stunden Tag für Tag für Tag. Die Zeit mit Perspektive, in der Herd und Heilt ihn aufwunden, stunden Tag für Tag. Untertitelung des ZDF, 2020